Ich bin gekommen, um euch zu vernichten. Zum zweiten Mal. Alter, wann war denn das erste Mal? Hey, Flügeltyp, du bist ein... ein... äh... Mit dir hat niemand gesprochen, Lady. Ich hab noch ne Rechnung mit den Powerpuff Girls offen. Aber ich bin ein Powerpuff Girl. Du bist bloß ne explodierende Dusselkuh. Liz, gleich was zu ich. Nein, das Rücken. Na, holt die durchgeknallte Dusselkuh gleich los. Oh, oh. Mädels! Oh nein! Ha ha! Und wieder mal ein Sieg für die Schnabel! Oh, ich nehme an, jetzt heißt es 0 zu 2 für mich, ha? Äh, Entschuldigung, wer bezahlt mir denn jetzt meine Schwanenboote? Vielleicht wär's das Beste, ich meide die Nähe anderer Leute. Oder von Schwänen. Hallo, hört ihr mich? Genug jetzt von diesem Schwanengelaber. Du willst weniger nervös sein? Ich weiß, was wirklich hilft, sich zu konzentrieren. Ja, ich war echt noch nie so entspannt in meinem Leben. Wuhu! Hältst du das denn wirklich für eine gute Idee, unsere hochexplosive Schwester auf ein Karambolage-Derby mitzunehmen? Ja, klar. Hier geht sowieso alles kaputt. Sie kann so viel Zeug in die Luft jagen, wie sie will und es ist egal. Äh, du weißt schon, Zeug auf lustige Weise in die Luft jagen. Dampf ablassen. Aber ich will doch gar keinen Dampf ablassen. Ich möchte eine Superheldin sein, so wie ihr. Ich möchte gern helfen. Du kannst uns wirklich helfen. Hier, hilf mir beim Verteilen der Derby-Hot-Docs. Äh, also das krieg ich hin. Au, au, ich will den Extra-Labrigen. Ein Extra-Labriger kommt sofort. Nein, der Labbrige gehört mir. Von Chili kriegt Bubbles Blähungen. Oh, echt eklig. Buttercup, das ist schon sehr lange her. Äh. Das ist doch lächerlich, Blizz. Gib mir den Labbrigen her. Na gut. Nein. Äh. Nein. Äh. Ich will den Labbrigen. Du kriegst ihn aber nicht. Blizz, gib ihn schon her. Nein, doch. Nein, ich will ihn endlich. Äh. Blizz. Ich hole noch ein paar Derby-Hot-Docs. Warte. Und ich möchte wetten, dass sie den Senf vergibt. Eure größten Ängste in Stahl verpackt. Sagt guten Tag zur Mechaschnacke. Wo hat er bloß das Geld für dieses Zeug her? Lasst uns diesen Kerl schrotten. Hier sind deine, ähm, Hot-Docs. Warum bin ich überhaupt hergekommen, Mi? Oh. Ich hätte auf der Vogeldreckinsel bleiben sollen. Näääää. Äh. Ich werde nie eine richtige Superheldin. Friss Auto! Oh! Mal ehrlich, Mi. Ich bin keine Heldin. Hm? Hä? Äh. 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 Ich weiß nicht, Mi. Daran hab ich überhaupt nicht gedacht. Hauch. Äh. 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 Wie's aussieht, seid ihr mir gerade ganz schön auf den Leim gegangen. Das ist echt ein schlechter Witz. Jetzt werde ich euch platt machen, so wie ihr mich schon unzählige Male platt gemacht habt. Das will ich sehen, Kloake. Äh. Es heißt Schnacke. Ich glaube, es wird Zeit, dass du endlich abschwörst. Plistina! Hey, das war eigentlich ziemlich gut. Du kriegst es hin. Gut gemacht, Mann. Ihr meint, das war cool? Dann wartet mal ab. Ey. Sag mal was.